ich kann da halt auch nix machen ich kann hier nichts machen interessanterweise und ich weiß aber nicht wie ich da jetzt zum besten hoch soll. Ritterhelm? Nehmen wir den mal. So, Spielpfeile. Oh, Sächeln. Den können wir nehmen. So, Quest. Kämpfe dich doch gleich fest und besiege in so einem inneren Heiligtum. Ja, toll. So eine Frage, wie ich da jetzt weiterkomme. Kenny? Kann mir nicht helfen. Ja, auch nicht. So. Das bringt mir halt auch nix. Hm. Ich kann hier nix machen. Und ich wüsste auch nicht wie. Hm. 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 Nix kaputt machen. Wieso kann ich diese Leiter dann nicht runterballern? Das verstehe ich nicht. Die müsste ich doch irgendwie runterballern können. Ah. Okay. So funktioniert das also. Ah gut. Aber das funktioniert jetzt. Jetzt. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Interessant. So funktioniert das. Gut. Ich hätte also erstmal die ähm. Wie heißt die Lanterne anscheinend kaputt machen müssen. So dass die Feuer fängt. Oder dass die Feuer freilässt. So funktioniert das also. Gut. Das hätt ich mir jetzt nicht gedacht. So. Nehmen wir das gleich mit. Ritterrüstung. Yeah. Können wir die auch gleich anziehen. Ritterrüstung. Ritterstulpen. So. Wunderbar. Da können wir nix mehr machen. Da drüben vielleicht noch. Ist da drüben irgendwas? Nein. Gut. Dann gehen wir da hoch. Ja. Ja. Oh Scheiße nein. Ja. Ich hab's einen drüben. Und dann. Ich habe das. Wie ist das so. Das ist Spaß. Aber warte. Ist das ein thermonuklearesgerät? Ich hatte ein Trink. Also. Ein thermonuklearesgerät auf mein Hände. Ich war nicht komplett aus der Frage. Oh, Jesus Christ! Wie lange habe ich es? Wir wissen nicht, Herr Slave, aber es könnte ein paar Minuten sein. Was wirst du für dich? Lass es raus! Nein! Wir können es nicht nur raus! Snoop hat Trigger auf sie! Wir müssen es aborten! Von innen! Oh, komm, wer weiß, wie man Aborten machen kann. Anne kann wirklich, wirklich klein werden. Ähm... Ja, was? Wer könnte sich vielleicht klein machen und wissen was über Aborten? Ach komm, Cartman, nicht dein Geist, oder? Hm... Oh, wer könnte es sein? Ich denke... Es muss jemanden sein! Ja, ein Stefft! Es scheint, wie es leicht wäre, jemanden zu finden, der klein... Oh, schau! Er ist alle klein! Oh, Scheiße, nein! Oder ich krieg den... Ich krieg den in den Arsch rein! Oh Gott! Oh, bemerkbar! Ich hätte auch einige Batschen dort die letzte Nacht... Damit... ...kriegt die... äh... ...kriegt dieser Satz... ...jemanden in den Arsch kriechen, eine ganz neue Bedeutung. So! Na, Scheiße, was ist das? Wer ist er jetzt? Ne, und? Zum Dickdarm? Oh nein! Oh nein! Na lecker, was hat der da alles in sein, was hat der da alles drin, was hat der da alles drin, was hat der da alles drin, was hat der Hund rum drin, oh ein Schleim der mich angreift, warum greifen mich Schleimis an, was soll das, kann ich die abfackeln, ja, kann ich, sehr gut, so, der muss erstmal dran glauben, jawohl, oh, kaputt, so, dann gehen wir da mal hoch am Maiskolben, alter, der hat sich nicht ernsthaft am Maiskolben reingeschoben, du brauchst Wasser, wie jetzt, Wasser, Wasser, was, 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 was meine ich denn mit, so geht das ach so da geht das schießen wir brauchen wahrscheinlich ein anderes gruppenmitglied vielleicht jemanden mit bisschen wasser kann helfen aber wer soll das sein mein candy ist es auch nicht tatsächlich er ist es er hat einen hund deswegen er hat einen hund die anderen haben keinen jetzt dämmert ok alles klar so butters komm her so ich kämpfe wieder zu gern mit butters weil der einfach viel mehr drauf hat was ist das jetzt weiterheit so schmups das geld nehmen wir mit uiuiui das ist richtig ekelhaft hier was zum teufel hat der typ gegessen mr zylinden was der hat mr zylinder in seinen arsch drin steh oh scheiße nein oder kann ja nicht sein ähm kurzgemacht ne nein geht nicht nagasaki vielleicht ja uiuiui so macht man das mit nagasaki alterались er hat sich sogar hier so bitte was beschw telef backe es er treuliert bei dort teilweise der hat sich ein iphone reunion Kleine sie kein ach eu ja 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 der ist wenigstens ein bisschen verwirrt nichts da erst mal die bakterien abfackeln das sind was die bakterien nein das sehe ich genauso wenn ich den erst mal abfackeln hier er könnte vielleicht machen nein verdammt ja gut wieso das jetzt nicht funktioniert das verstehe ich auch nicht ganz sonst funktioniert immer aber das hat jetzt komisch was es nicht funktioniert okay gut dann verkehle ich einfach mal das geht einfach das geht einfach so dann macht ihn hier kaputt erst mal da siehste haben wir dann schon geschafft vibro klingel was ist das denn vibro klingel oha gut nehme ich nehme ich nehme den vibro klingel mit geil mag ich gut und wo geht es da jetzt weiter da da lang oh mein gott was ist das denn hier komme ich nicht weiter ne scheinen mir so könnte ich da irgendwie was machen hier komme ich lang okay alles klar wenn mein erst mal abfackeln kann es nicht funktionieren ist es meistens weil ich alle die bakterien abfackeln erzähle ich mir selbst die klingel ich mache es nicht weiter okay transportieren kann ich nicht verwenden wieso was könnte ich denn da alles machen ah da geht es runter gut alles klar aus dem weg werte frau Frau Fledermaus oder Herr Fledermaus. Weiß ich nicht. Hm. So, wie komme ich da jetzt vorbei an dieser Fledermaus hier? Nein, das will ich nicht. Alter, ich komme, ich komme da langsam mit, äh, mit den ganzen... Weißt du, komm ich denn da jetzt nicht vorbei? Was soll denn das? Wo muss ich da irgendwas machen? Ah. Okay, alles klar. Jetzt müsste die Touchlampe funktionieren, oder was? Ja. Okay, alles klar. Oh. Tja, das war's dann wohl. Oh, wow. Ja, du hast eine ekelhafte Fledermaus in deinem Anus gehabt. Was ich gar nicht verstehen kann. Kondomkappe. Ah, eine Kondomkappe. Na lustig. Was ist das denn? Du hörst in den Schild der fünf Treffen zu Beginn an das Kampfesblock. Für ihr Vergnügen. Bäh. Bin ich nicht, brauche ich nicht. Habe ich schon. Hat sich der... Sind das... Ich frage ja nicht erst. Warum auch. Sollte mich auch nicht wundern, dass es auch war. Ich bin der Sparzenprinz. Ein Sparzenprinz. Geil. Na wunderbar. Was? Vögel sind schmutzig, natürlich. Vögel sind definitiv schmutzig. Das kann ich so unterstützen. So, heiliger Bonusschaden. Nein. Sag mal. Was kannst du nicht machen? Dann hauen wir denen mal eine von Lanzen, würde ich mal sagen. Oh, das bringt schon was. Alter, ihr erwischt seid immer wieder, ne? Weil ich es einfach nicht gebacken kriege, jedes Mal zu blocken. Das ist furchtbar. So. 19.000 hat er noch. Nein, ich habe noch geblockt, Mensch. Was soll das? Ich habe noch geblockt. Aua. Sag mal. Was soll das? Ich glaube, ich muss den wieder abfackeln hier. Irgend sonst nichts. 15.000. Uiuiui. Jawoll. Jawoll. Sehr schön. Nein. Wart das. Soll es nicht schlafen gehen? Soll es wieder aufwachen. Morgen. So. Gut. Dann bringen wir den wieder zum Brennen. 8.000. Gut. Wieso darf der erst auf einmal angreifen. Was soll das? Ah. 6.000. Toi. Ich schaffe es halt nie abzublocken. Oder selten eigentlich. So. Ähm. Können wir ihn vielleicht noch eine verpassen. Wieso darf ich jetzt schon wieder angreifen? Und ich habe schon wieder nicht geblockt. Was soll die Scheiße? Mann, das rückt mich auf sowas. 1.230. Alter, das gibt es doch nicht. Ich verbrauche die Wiederbelebungstränke. Das ist so ein Wahnsinn. So. So. Jetzt geht es wieder. Seltsam. Er ist angepisst. Er ist definitiv angepisst. 1757. So hat es wieder nicht funktioniert mit den Blocken. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es halt nicht. Das Zuschlagen funktioniert super. Aber das Blocken... Meint nicht. Okay. Sehr schön. Dankeschön. Warum ich gegen dich kämpfen muss, werde ich bis heute nicht verstehen. Oh, Moment. Was auch da was? Was auch wenn da irgendwas, was ich... Wo ich vielleicht noch was machen kann. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt.